Nina, mir wird morgen bei der Nähkästchen-Gala die goldene Plaudertasche verliehen. Oho, gratuliere. Aber leider hast du morgen schon was anderes vor. Ach ja, der große Ärzteball. Tanzende Halbgöt ein Weißchampagner auf Rezept. Dumm gelaufen, wir haben morgen einen wichtigen Arzttermin. Nicht nötig, uns geht es doch bestens. Komm schon. Alles wird gut. Dann müssen wir auch nicht zum Arzt. Hören Sie nicht auf Ihren Bauch, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Na gut, Interview mit einem Promi-Doktor. Komm.